so wir sind hier wieder unterwegs ich höre immer noch dieses grunzen ich frage mich gerade ich bin hier genau in der nähe gespawnt dann müsste theoretisch auch mein leben etwas hoch gehen oder ich gehe halt voll down weil ich einfach rohes fleisch ist kein guter statt dann würde ich sagen sehen uns gleich wieder deswegen lauf jetzt gerade mal nach dort hinten wo ich gerade gestorben bin holy shit hello hello how are you pretty good i'm still no matter where i am and what to do but i'm fine actually hey you know where to find you can follow me i died somewhere there there's some meat i'm not sure where exactly but they have to be meat here here in my corpse there you can take the the half of the of the meat if you want there are matches as well so we can maybe can get a fire food you gotta get a fire go and cook this stuff oh hey i don't have a knife or anything even cut the bushes no i don't have anything so i guess we have to find something to get a fire ja muss ein bisschen gearbeitet werden an der karte bisher ist nicht wirklich was zum looten da kann ich tanken schmale brille okay jeans rock hello there wow big big gun oh it's okay no ammo oh das ist die waffe jeder staut erst mal we play together we're looking for something to get a steak done a stick steak we have steaks we have matches but we don't can't i can't create a fire yeah we don't have a knife for anything to cut bushes i have a hatchet so okay we have three and three now so we need some wood get a fire done so we can eat something would be awesome okay i can i give you the hatchet then you give back after okay yeah can we eat this um or the other poison uh they are good but they are older yes you can eat if it's a greener okay no problem okay okay so um do you do you starving already do you do you need drink i have something maybe for the hatchet no i'm okay i'm okay okay nice i just need some uh some ammo some bullet no okay what kind do you need i have a winchester bullet i have a yes winchester bullet that's all i don't have any winchester oh here's a down yucky i have a weapon clean kit oh here's a dead body someone needs something here uh we're gonna need a uh a long stick to cook the meat with okay do you want a steak as well no i'm fine i'm full and i have a more in stock okay so dann machen wir mal das feuer an ich hoffe das brennt jetzt gleich haha fire fire so jetzt brauche ich den stock da kann ich ein fleisch dranhängen oder was das kommt ins inventar langer stock in die hand okay now we just gotta find some water yeah are you are you thirsty already i have one drink in my in my backpack yeah mine's in the uh yellow okay okay you're kind of creepy man just a little hello who is the boss now huh i think it's me okay okay das wird dem auf jeden fall schönes steak erstmal durchgrillen ich hoffe wir können das zweite auch gleich durch durchbraten der hätte uns jetzt tatsächlich töten können ist wolf doch bieger jetzt das fleisch raus andere fleisch dran so und braten uns gleich das zweite fleisch auch noch so should we go straight the street down maybe find some other other houses uh guy with the hatchet thank you bye have a great day in the apocaduce yeah thank you